Unsere Stimme für Berlin. Unter diesem Motto lädt die Deutsche Olympische Gesellschaft Berlin Vertreter des Berliner Netzwerks und Engagierte aus dem Sport zu einem Begegnungsabend im Olympiapark ein. Gemeinsam soll über das Thema Olympische Spiele 2036 in Deutschland diskutiert werden und die DOG hat nicht zuletzt viele ehemalige OlympiateilnehmerInnen eingeladen, um ihre Perspektiven zu teilen. Wir zeigen hier, dass Berlin einen Schatz hat, nämlich die ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Olympischer Spiele, Paralympischer Spiele. Das sind Menschen, die Erfahrung gemacht haben mit Sport in der ganzen Welt und da kann Berlin ungeheuer viel von lernen. Einer dieser Gäste ist die Goldmedaillengewinnerin Elena Semechin. Die Deutsche Parasportlerin sieht in einer deutschen Bewerbung Vorteile für alle Mitglieder der Gesellschaft. Ich denke, wenn auch hier tatsächlich die Spiele durchgeführt werden, ist es auch eine gute Chance für Menschen mit Beeinträchtigung, dass das für sie gerechter alles gebaut wird und alles neu modernisiert wird und es auch rollstuhlgerechter wird oder auch die Leitflanken für die Blinden und all sowas erneuert werden. Ich glaube, dass wir hätten mehr Pluspunkte als Minuspunkte. Ein halbstündiger Olympiatalk bietet den Gästen Raum, um sich verschiedene Meinungen und Ideen rund um das Thema Olympische Spiele in Deutschland anzuhören. Auch die Staatssekretärin für Sport im Land Berlin nimmt an der Gesprächsrunde teil und geht auf die zu beachtenden Faktoren ein. Das ganze Thema Tourismus, Ansehen der Stadt Berlin, Kommunikation nach außen, also es sind ganz viele Themen, die so eine Olympia-Bewerbung schon, aber natürlich am besten noch Olympische Spiele dann auch für die Stadt bedeuten würden. Nicht zuletzt gehört dieser Abend jedoch der Begegnung und dem Austausch von ehemaligen und aktiven SpitzensportlerInnen. Ich finde es auch wichtig, um wieder die alten Freunde zu treffen. Man kennt sich ja durch die Olympiateilnahme und durch den Olympiastützpunkt, mit dem man ja jahrelang angehört hat. Und dann ist es einfach auch ein schönes Netzwerk, wo man einfach mal sich austauschen kann und mal seine Sicht auch mitteilen kann. Die Deutsche Olympische Gesellschaft hat an diesem Abend für freudige Wiedersehen, angeregte Gespräche, aber auch neue Perspektiven gesorgt und ganz unter dem Motto der Veranstaltung die Stimme für Berlin etwas lauter klingen lassen.